Believe, you've got to believe, you've got to believe. Diese Serie steht wie ihr berühmtes Vorbild Dessau für Langlebigkeit und markantes Design. Das Gehäuse im Bauhausstil besteht aus satiniertem Edelstahl. Das harte und kratzfeste Mineralglas ist leicht gewölbt. So kann es Druck leichter standhalten. Einen glänzenden Akzent setzt der schmale, polierte Streifen. Der geschraubte Glasboden gewährt einen Blick in die Mechanik des Uhrwerks. Die extra flache Uhr schmiegt sich wunderbar an das Handgelenk und gleitet problemlos auch unter die Manschette. Das Uhrband ist aus feinstem schwarzen Leder. Besonders gut ablesbar sind die Leuchtzeiger und Leuchtzahlen. Das Auge im Zifferblatt bietet einen Blick auf die Unruhe des Uhrwerks. Garantie und Bedienungsanleitungen sind der Geschenkpackung beigelegt. Ho Das Auge im Zifferblatt Untertitelung des ZDF, 2020